Es bleibt scheinbar beim 3 zu 1 aktuell, zumindest mal wenn man vorrangig auf die Charts guckt, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass mindestens der DAX nicht der Treiber für den Bullenmarkt ist. Wir haben es gesehen, wir sind sogar durch diese, ich sag mal etwas undefinierte Zone, die Unterstützung hier durchgelaufen, also beste Chancen, dass da sogar noch Potenzial weiter nach unten ist, das sich eröffnet hat, nachdem wir diese Marke durchstoßen haben. Diese Marke, naja, ich muss es so unkonkret sagen, denn es gibt einen ganzen Bereich von verschiedenen Marken, aber ihr seht schon, das Tief war deutlich tiefer. Wir waren unter der 15.000er Marke hier beim Index schon und damit ist eigentlich all das, was wir hier als Marken möglicherweise noch ins Feld führen konnten, erstmal durchstoßen. Deshalb geht es eigentlich, naja, mit besten Chancen weiter, dass wir so Richtung irgendwie was 14.480 oder noch tiefer, auch 14.100, irgendwie sowas in der Richtung. Ich würde mich zumindest nicht wundern, wenn die Bewegung noch ein gutes Stück weiter geht. Natürlich kann der Kurs auch jetzt nach oben gehen, aber die Wahrscheinlichkeiten dafür sind, zumindest mal so von der statistischen Ausprägung, nicht optimal dafür und deshalb bin ich ehrlich gesagt kein großer Freund im Moment davon, zwingend vom bullischen Bild auszugehen, sondern gehe weiter vorläufig erstmal davon aus, dass die Abwärtsrichtung regieren wird. Das muss natürlich nicht in einem Schwung sein. Immerhin sehen wir, dass der DAX jetzt heute, nachdem er ja so schwach aufgemacht hat und unter der 15.000er Marke war, sehen wir immerhin, dass der Markt relativ steil nach oben kommt. Ich mache das mal ein bisschen größer. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, tatsächlich, das ist es. Und nehmen wir mal an, der Kurs würde sich jetzt irgendwie so noch zur Seite wegducken, dann hätten wir durchaus eine Chance, mindestens mal für ein Zwischenloggen. Zwischenloggen, also sprich das, was man vorne hat, da hinten nochmal und natürlich immer die Chance. Er muss ja da nicht drehen, er hat ja die Chance weiterzugehen oder eben zu drehen. Das wird sich dann hier entscheiden, aber man hätte dann einen einigermaßen guten Einstieg. Aber ihr seht schon, den Rücksetzer, den wir bis hier haben, der ist bisher noch relativ eindimensional, wenig korrektiv. Und wenn es die falsche Richtung sein soll, abwärts die falsche Richtung, dann bräuchten wir irgendwie was Korrektives. Und das ist zum Beispiel 3, weil ich könnte so aussehen beispielsweise. Also, der Rücksetzer von der Tiefe ist eigentlich schon ganz okay beim Index. Aber, also, ich mache ja häufig diese blaue Kiste hin, da kann man ihm nichts vorwerfen, da ist er drin. Aber eben nicht korrektiv. Und deshalb habe ich den Verdacht, dass es eben keine Korrektur ist, sondern dass es im Moment immer noch eine relativ starke Abwärtsbewegung ist. Wehe dem, er wackelt nur hoch, dann ist es sowieso ein Short-Zeichen. Allerdings, wie gesagt, wenn er irgendwie sowas macht, so halbwegs in dieser blauen Kiste bleibt, zumindest mal oberhalb von 15.000 bleibt, da ist zufällig dann auch die 78,6er Marke, dann wären, wo auch immer dieses Zwischenhoch ist, das kann ja anders aussehen, als ich es jetzt hier gezeichnet habe, wäre das zumindest mal eine Chance, hier vorläufig nochmal long zu gehen. Solange das Ding hier aber fehlt, dieser Winkel, ja, mich haben sie noch nicht überzeugt, sagen wir mal so. Insofern, die Gefahr für weiter Abwärts ist durchaus gegeben. Ich habe das hier mal angedeutet, selbst mit Zwischenkorrektur mal, dass es zwischendurch mal hoch geht. Das ist absolut realistisch, dass das passiert. Aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich habe ich jetzt eher so die Marken vom März oder vielleicht sogar die Marken von Dezember im Hinterkopf. Das würde sogar einigermaßen mit den FIBO-Marken und damit auch mit der blauen Kiste hier übereinstimmen. Richtig glücklich bin ich mit dem DAX aktuell nicht. Vielleicht kommt ja ein positiver Impuls aus Amerika, wobei man insbesondere, wenn wir gleich mit dem Dow Jones anfangen, genau daran schon zweifeln kann. Denn ihr seht, wenn wir hier den Dow Future uns anschauen, der ist ja nun wirklich alles andere als irgendwie bullenfreundlich unterwegs. Im Gegenteil, wir sehen, dass auch er hier zumindest mal, da kann man doch sagen, Mensch, guck mal, die wollten doch. Ja, aber was soll das denn sein? Viel steiler als der Anstieg und dann noch so tief runter. Ihr könnt ja immer mal messen. Es ist meistens kein gutes Zeichen mehr, wenn du die 78.6er durchstößt. Das ist jetzt keine Hardcore-Linie. Das ist auch kein tolles Zeichen, wenn er die 76er durchstößt. Aber wenn er so weit runter geht, was soll denn das sein? Wir sind super überzeugt und deshalb gehen wir ganz wieder an den Anfang. Nee. Wenn er sich dann wehrt und sagt, ja, ein bisschen runter, dann alles super. Aber macht er ja nicht. Die Marktteilnehmer haben ja hier schon wieder mit Anlauf gesagt, nee, ohne uns. Haben wir nichts mit am Hut. Also, ich bin nach wie vor nicht glücklich. Dementsprechend beim Dow Jones ist vorläufig diese Marke hier, das ist ungefähr bei 32.000 plus minus 500, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Halte ich für sehr realistisch, dass wir da irgendwie sowas sehen. Alles andere finde ich im Moment unattraktiv, wenn ich ehrlich bin. Tja, bullish. Wo? Ich sehe es nicht. Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe es nicht. Und deshalb mein Tipp, seid da ein bisschen zurückhaltend. Wartet drauf, dass er nicht nur so einen Anstieg macht, also so einen Anstieg wie hier, sondern dass er auch korrektiv damit zeigt, dass diese Richtung die falsche ist. Ja, also möglichst einwellig oder ohne Überschneidung nach oben. Anschließend korrektiv in die Mitte wieder zurück. Und dann hat man eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit, eine ganz gute Chance, da irgendwo mit dabei zu sein. Wie gesagt, aktuell, ich sehe es nicht. Was soll das hier, was die Marktteilnehmer machen? Nicht gut. Ja, dann kommen wir auf die gute Seite der Macht, könnte man fast sagen. Das ist der S&P, sicherlich getrieben von den Nasdaq-Freunden, allerdings noch auch nicht so richtig überzeugend. Und Nasdaq ist deshalb natürlich relevant, weil viele Titel aus dem Nasdaq, viele gewichtige Titel, erzähle ich euch ja nichts Neues, S&P 500 ebenfalls sehr gewichtig dort sind und dementsprechend durchaus den Markt nach oben bringen können. Nochmal der Hinweis, der Rücksetzer, auch der jetzt durchaus auffällige Rücksetzer, ist immer noch oberhalb hier dieser Marke, insofern noch so gerade in Ordnung. Aber es ist im Bereich dessen, wo ich sage, jetzt komm auch in die Puschen, sonst kannst du es dir auch sparen. Den Eindruck kann man hier haben. Also wenn der nicht bald sich auf den Weg nach oben macht, dann kann er es auch lassen. Dann sind wir nämlich auch im S&P in einem bärischen Bild und müssen damit rechnen, dass es sogar noch mal deutlich tiefer geht. Einfach mal die 3.500 im Blick haben. Das ist keine Ankündigung, der Kurs geht jetzt unter 3.500. Noch ist es ja hier nicht passiert. Aber behalte das im Hinterkopf. Geht nicht davon aus, ne, völlig absurd, kann nicht passieren. Nein, im Gegenteil. Gucken wir uns mal an, was der Kurs hier macht. Hier haben wir doch schon so ein bisschen Unterstützungsszenario, wo der Kurs jetzt hier drehen kann. Gucken wir es uns doch mal an, ob er es tut. Gehen wir mal hier auf den 15-Minuten-Chart. Schart immerhin recht stark nach oben, allerdings zugegeben relativ steil nach unten. Ich wechsle mal auf den 5-Minuten-Chart. Für euch Intraday-Freunde ist das ja die bessere Variante, da drauf zu gucken. Wenn ich mir angucke, das ist der Anstieg gewesen. Vom Tiefpunkt bis zum wahrscheinlich hier irgendwo eins dieser Hochpunkte. Aber selbst wenn ich sage, 5. Welle hat hier irgendwo geendet und danach ist irgendwie eine Seitwärtskorrektur, sind wir ganz schön steil runter. Aber man hat schon den Eindruck, das könnte, ist das Korrektiv? Also ich muss sagen, wenn, dann könnte ich mir das hier noch am ehesten irgendwie korrektiv vorstellen. Allerdings für den Einstieg, im Moment ist das der tiefste Punkt, wäre der klassische Einstieg da oben. Ich gehe ungern auf den höchsten Punkt rein. Also bei aller Liebe, nein, mache ich nicht. Es kommt für mich nicht in die Tüte. Dann müsste der Kurs idealerweise noch mal ein bisschen tiefer gehen, damit wir dann vielleicht hier im Laufe des Nachmittags hier noch mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Zwischenhoch haben, dass wir da reingehen könnten. Ja, damit könnte ich mich zur Not anfreunden. Also wenn er noch mal einmal tiefer geht als die Marke, ich mache es noch mal groß, das leiten wir noch mal her. Also wir haben einen relativ starken Anstieg hier nach oben. Man kann sich ein bisschen streiten, wie die interne Wellenverteilung hier ist. Es ist denkbar, dass die Korrektur hier schon anfängt, quasi in so einer Bewegung. Der Einstieg ist nicht gut geeignet, weil der höchste Punkt. Im Moment haben wir vielleicht sogar noch die Chance, dass wir vielleicht so was noch bekommen. Dann wäre das hier, oder vielleicht kommt hier noch mal einer. Dann wäre vielleicht auch das hier ein möglicher Entry Trigger. Dann wäre das immer noch korrektiv. Warum? Ja, weil das Gegenbewegungen gibt, die überschneidend sind. Und dann hätte man entsprechend hier seine Einstiegspunkte auf diesen Zwischenhochs. Wo die jetzt genau liegen, weiß ich natürlich auch noch nicht. Deshalb kann ich die an der Stelle jetzt noch nicht ankündigen. Aber das wäre zumindest mal eine Marke, die man da im Hinterkopf haben sollte. Oder nicht Marken, also nicht jetzt als Preismarke, als optische Marke, wo vielleicht sogar ein Loggen noch mal in Frage kommt. Gut, aber wehe, der Kurs taucht ab und geht sogar noch wackelig nach oben. Dann kommen wir nämlich ganz schnell auf tiefere Kurse auch als das, was wir hier schon hatten. Und dann sind wir sehr schnell in einem Bereich, wo auch die S&P-Anhänger nicht mehr wirklich auf der bullischen Seite unterwegs sind. Und dann bleibt es tatsächlich dann beim Nasdaq leben, ob er dann wenigstens die Wende schafft. Der Nasdaq ist noch mit der Beste, der Stärkste, den wir da aktuell haben. Auch wenn unsere Idee, die wir hatten, dass er hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier A, B, C irgendwie hier wendet, hat er nicht gemacht. Naja gut, muss er ja auch nicht. Es ist ja keine Pflicht da zu wenden. Deshalb, wenn ihr solche Wendezonen habt, die wir hier jetzt mal gestern so angedeutet haben, achtet drauf, ob der Markt hier irgendwie einen Impuls nach oben macht. Ja, hat er ja nicht. Also kein Long. Hat sich das also quasi schon erledigt an der Stelle. Warum gefällt mir der Nasdaq noch am besten und wie lässt sich das vereinbaren? Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich gar nicht. Bei aller Liebe. Denn dieser Rücksetzer hier, er ist überlappungsfrei mit den vorherigen und da haben wir noch eine ganze Menge Platz. So tief, ja, weiß ich nicht. Da werden wir dann mal gucken müssen, was er macht. Also dass da eine Überschneidung stattfindet, im Moment erwarte ich die ehrlich gesagt nicht. Insofern ist der von der Seite aus erst noch mal safe. Wir haben noch ein bisschen Platz nach unten. Also wenn wir jetzt hier sagen, diese Kiste in etwa bei 14.300, das wäre alles noch in Ordnung. Die muss er jetzt nicht zwingend ansteuern, aber irgendwie was in dem Bereich wäre immer noch ein bullisches Bild. Also anders als die anderen, die sehr auf der Kippe stehen oder der Dow Jones, eigentlich auch der DAX, der schon gekippt hat. Die machen mir keinen guten Eindruck. Wie passt das jetzt hierzu? Ich habe es angedeutet, gar nicht. Wie gehst du damit um? Naja, ich handel in jedem Markt jeweils eigene Signale. Wenn ich ja ein Long-Signal beim Nasdaq kriege, gehe ich beim Nasdaq Long. Wenn ich ein Short-Signal bei einem anderen kriege, gehe ich bei denen Short. Aber das ist eigentlich ja nichts Neues. Ich handel jedes Signal einzeln und wenn ich ein kurzfristiges Signal kriege, dann mache ich halt gegebenenfalls gerne noch einen kurzfristigen Trade. Wenn ich ein längerfristiges Signal kriege, gehe ich halt gerne noch mal längerfristig irgendwo rein. Also der ist noch mit am besten, was diesen Anstieg angeht. Der ist natürlich auch nicht sicher, dass der passiert, aber noch gefällt mir das hier am besten. Bei den anderen sieht es schon ziemlich schwarz aus. Und dann ist die Frage, wenn alle anderen Indizes außer dem Nasdaq doof aussehen, ob sich der Nasdaq da wirklich behaupten kann. Wir werden es sehen. Also, es ist noch nicht die Welt verloren. Es ist ja noch eine Chance, dass zumindest beim Nasdaq hier ein Dreh passiert. Aktuell gehen wir noch mal auf einen kurzfristigen Chart. Sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Also der Kurs kam von hier oben. Wir haben hier das letzte Tief. Diese Bewegung ist immerhin relativ stark. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das bei mir aussehen müsste. Messt vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Das ist jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Ich mache es auch noch mal groß. Für die, die an den kleinen Endgeräten unterwegs sind, kommen wir uns einmal noch mal richtig hier. Echter Tiefpunkt war hier. Höchster Punkt war da. Gerne in die Kiste rein. Idealerweise nicht so schnell. Ein bisschen Zeit verbrauchen ist immer ganz gut. Wobei man hier mal ein bisschen aufpassen muss. Das ist zu einer Zeit entstanden, wo der amerikanische Markt natürlich eigentlich nicht vorrangig unterwegs ist. Das ist deutsche Zeit hier vorne. Der Vormittag. Aber wenn der Markt hier irgendwie korrektiv reingeht, dann wären das ohne weitere Chancen für einen Long-Einstieg. Vielleicht heute Abend mal gucken, was sich da noch ergibt. Behaltet das mal im Hinterkopf, falls das Muster so aussieht. Aber geht nicht auf Verdacht schon mal rein. Dafür finde ich das Gesamtbild einfach zu unübersichtlich. Na gut, was weiß ich schon. Vielleicht habt ihr bessere Ideen. Vielleicht hilft euch das, was ich euch gerade gezeigt habe. Aber zumindest so ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie die aktuelle Situation von charttechnischer Seite aus grob einzuschätzen ist. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr die richtige Umsetzung findet. Ich wünsche euch alles Gute und sage liebe Grüße bis zum nächsten Mal.